Aber mit dem Buch läuft es, also die Geschichte ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Sehr interessant. Und in dem Buch geht es um einen Jungen aus dem Ghetto, der sich verliebt. Und da passieren Dinge, die wird keiner von euch im Buch erwarten. Und das basiert auf einer wahren Geschichte. Krass. Wenn ihr genau lest, werdet ihr merken, auf was für einer wahren Geschichte es basiert. Ein bisschen habe ich ja schon reinlesen dürfen. Ein bisschen hast du reinlesen dürfen. War schon geil. Ja, hundertprozentig. Konntest du dich hineinfühlen? Hundertprozentig. Also diese ein, zwei Dinge, die ich da gelesen habe, auf jeden Fall wurde, hatte ich sogar bildlich im Kopf. Bacheri. Juri. Juri. Genau. Aber ist es was Ähnliches wie zu den anderen letzten zwei Büchern oder ist es komplett was anderes? Absolut was Neues. Es ist ein Roman, es ist was Neues. Es ist für mich auch schwierig, auch die Figurenentwicklung zu haben. Dieses Plotten, also die Spannungspunkte aufzubauen, Spannungsbögen aufzubauen. Das ist auch eine Kunst für sich, eine Wissenschaft für sich. Und man will es ja nicht komplett falsch machen oder logische Fehler in der Geschichte haben. Dementsprechend habe ich eine Figurenentwicklung, die ich vorantreibe. Ich habe geschaut, wie ich die Spannungsbögen aufbaue, wie ich generell die Spannung aufbaue. Dann wieder neue Zeitsprünge habe. In dem Buch gibt es auch einige Zeitsprünge, was aber auch logisch für den Leser sein muss und so weiter. Aber egal, wie viel Wissenschaft dahinter steckt, für den Leser soll es eine Reise sein. Es soll eine schöne Geschichte sein. Es soll emotional sein, Höhen und Tiefen. Ihr werdet lachen, auch wie bei meinem Ratgeber und bei meinem Zertmann. Ihr werdet lachen, ihr werdet weinen. Ihr werdet nachdenklich sein, ihr werdet traurig sein. Es gibt sehr krasse intime Momente in diesem Buch. Sehr private Momente in diesem Buch, die eingebaut sind. Und ich glaube, da sind auch Dinge, wo der ein oder andere auch schon ein paar Tränen vergießen wird, aber auch sich vom Herzen kaputt lachen wird. Glaubst du, die Leser von dir, die jetzt die letzten beiden Bücher gekauft haben, wird es zusprechen? Also wird etwas sein, weil es ist ja nochmal was ganz anderes. Komplett. Ich glaube, das ist wie beim ersten Buch. Ich wusste beim ersten Buch nicht, was passieren wird. Und dann war es ein Bestseller. Beim zweiten Buch wusste ich ungefähr, da geht der Trend hin. Meine Bücher kommen an. Ich habe jetzt ein paar Zahlen gesehen. Ich habe gesehen, wie die Leute das feiern, die das reposten und so weiter. Sehr stolz auch in den Urlaub mitnehmen und mir auch zum Signieren zuschicken. Beim dritten Buch weiß ich gar nicht, was passieren wird. Es ist wieder wie beim ersten Buch. Es ist wie ein neuer Anfang. Wie kommst du darauf, dass du in Richtung Romanen gingst? Ich habe Lust, einerseits den Roman, den Buchmarkt aufzumischen. Aber mein Ursprung des Ganzen, ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich möchte ein paar Essenzen meiner Geschichte einbauen. Und ich möchte mich neu ausprobieren. Ich bin Künstler. Ich bin kein Geschäftsmann. Ich bin kein Verleger. Ich bin nicht wirklich der pure Autor, sondern ich bin Künstler. Ich bin Lyriker. Und was ich kann, ist Menschen mit Worten erreichen. Und für mich ist es eine neue Herausforderung. Ich mag Herausforderungen. Dementsprechend war es für mich einfach sehr, sehr relevant, mal etwas Neues zu wagen und mal zu gucken, wie ein Buch mit einer Geschichte ankommen wird.